Yo Leute, willkommen zurück, hier in Granterbrück. So, wir müssen da rüber. Erningstein muss brennen. Wollen wir das direkt machen? Ja, oder? Ich hab das immer noch nicht offscreen gemacht. Wo war denn das? Äh, hier drüben das. Da. Ich hab's schon fertig. Das ist das Spiel abgestürzt. Komm, wir gehen da hin, auf dem Weg. Da hin. Ach so, warte, da war ja noch was. Hier haben wir ja aufgehört im letzten Part. Ähm, da hinten. In der Hüte. Komm. Sitz auf. Aus dem Weg. Hä? Ich bin schon vorbeigeritten. Was ist denn hier los? Doch, das wäre voll weit weg. Och, da kann ich einfach so reingehen. Livs Inventar. Vier Rollen Segeltuch, sechs Fässer rote Farbe, sieben Fässer blaue Farbe. Vier Fässer gelbe Farbe. Wenn ich den ostfränkischen Händler runterhandeln kann, sonst zwei Fässer. Soma hat die Mittel umverteilt. Schon wieder. Warum kann ich mir nicht vorstellen? Werde hart verhandeln müssen, um mehr zu erhalten. Okay, das ist wieder ein Hinweis. Ja. Aber hier gibt es noch was. Da oben. Ja. Oder ist das auf dem Dach? Ich glaube auf dem Dach. Ach, das ist so ein kleiner... Ja, wie sagt man? So ein Verschlag, ne? Ne, da muss ja doch ins Haus. Ich habe den von drinnen ja so nicht gesehen. So ein Tauben. Was schl... Hä? Ich bin ja verwirrt. Genau über mir ist das. So, vielleicht muss ich die Hütte abfackeln. Hier liegt ja ganz viel Stroh rum. Okay. Der Bär brennt. Oh, nein. Hier liegt auch noch Stroh. Warum liegt da eigentlich Stroh? Ah, das brennt nicht richtig. Ah, dann muss ich sie irgendwie von oben gehen. Guck mal da. Ha. Einfach mal richtig gucken, ne? Ach so, da oben war auch noch was. Ich muss mir irgendwie dann für Offscreen, wenn ich so das ganze Zeug einsammle, eigentlich einen Plan machen. Hier ist ja mein Ort. Und hier habe ich auch schon... Ach so, da komme ich noch nicht rein. Okay. Das wissen wir, das ist bei dem Wasserfall. Und ich müsste eigentlich so immer die Gebiete stückweise abgehen, denke ich, ne? Und ich glaube, das nächste Mal Offscreen. Wobei ich sehe gerade, hier fehlt ja noch wesentlich mehr, weil Legra Sesta Sky ist noch nicht vollständig. Heißt, da oben geht es auch noch weiter, wenn ich den Turm erklimme, den Aussichtspunkt. Ja. Und hier geht es auch noch weiter, bis hier unten hin. Was ist das Teil? Auch ein Teil von Soma. So, gut, wir gehen mal da hin. Und dann... Boah, das sieht aus wie so ein Berg hier. Mit nem Krater. Hallo. Haha. So, hier ist ja die Brücke. Da kann ich direkt drüber. Das ist schön. Ha! Hahaha. Das werde ich unterwegs immer mal machen, zwischendurch. Das scannen. Oh, warte mal. Ich kann ja mit dem Pferd alles einfangen hier. Dann sag ich ihm mal, warte mal. Musst ja nicht absteigen, hab ich beim letzten Mal herausgefunden. Oh, warte mal. Nein, da war noch was. Haha. Komm. Hopp. So. Ei, warte mal. Das war das Gebiet mit den Wölfen, ne? Was? Hier treiben sich böse Geister herum. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, mein Gott. Das wollen wir doch mal herausfinden. Hallo. Da oben ist irgendwas im Baum. Ey, der will aber nicht klettern. Der Fluch des Zeichens zerstört. Das war's? Boah, krasse Scheiße. Gut, aber da krieg ich direkt hier wieder Pfeile. So, und da rüber und dann der runter. Ach, guck mal, da ist das hier, wo ich auch das nicht gefunden hab. Und da wär auch noch was. Komm, wir gehen da mit. Boah. Das war ja mal wieder richtig sinnvoll. Moment, warte. Ich glaube... Nee, da war ich noch nicht. Okay, da geht's hin. Na gut. Dann los. Och, nee. Da hab ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ja, tschüss. Und ich hab auch das Gefühl, dass ich da oben schon gewesen bin. Keine Angst, ich sammle nur ein bisschen Zeug. Ja, da guckst du, ne? Ich hab das Gefühl, hier war ich schon. Oh, da waren Truppen. Ah, ich glaub, ich war hier auch schon. Tatsächlich. Aber, hab ich nicht fertig gemacht. Äh, wo wollt ich denn hier eigentlich jetzt hin? Ist das hier? Nein, aua. Nee, das sieht anders aus. Also, ich bin irgendwo mal unterwegs an einem Ort gewesen. Och, da soll's da hoch. Und da dachte ich mir, nee, das hebe ich mir auf. Weil ich dachte, das wäre irgendwie eine coole Szene oder so. Ah, guck da. Ist aber nicht hier. Ey. Junge. Uh, ist das ne Schlangengrube. Ja. So, dann dürfen die erst mal brennen. Der brennt nicht. Ob ich den mit einem Attentat krieg? Aber ich probier's gar nicht erst. Oh, das war dumm. Das war einfach nur richtig dumm. Ja, es verleitet halt, danach hier drauf zu schlagen. Ich will das auch immer irgendwie noch machen. Ich hätte da einfach reingehen können. So, warte. Da ist aber nix. Da war noch ein bisschen Silber versteckt. Bumm. Aber schön, wie die so, so, Moos bewachsen sind. Äh, so. Äh, komm, nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Straight zur Mission zu wandern. Coole Landschaft. Ich bin mal gespannt, was hier besonders hohe Orte sind. Also, bei Origins war's ja ganz klar. Das ist, äh, die Pyramide. Wobei's war dann gar nicht mal. Es gab da irgendeinen Berg, der besonders hoch war. Aber gab's auch eine Herausforderung, wenn man das geschafft hat. Hilfe! Oh, mein Gott. War auch wieder so ein bisschen blöd. Okay, warte mal. Bewegen. Na, bleibst du. Komm, hallo. Nicht einklemmen. Hm. Der will nicht. Boah, es geht doch. Ja, warum es schwer machen, wenn's einfach geht? Mein Gott. Besunentor. So, ich begebe mich aber jetzt nach Ehringstein. Ehringstein. Weg! Lass mich hier wieder raus. Juhu! Entschuldigung. Entschuldigung. Na, was willst du denn da? Boah, looten, looten, looten. Ich liebe es. Ich liebe es. Nichts macht Spieler... Ähm... Spiele. Nicht Spieler. Nichts macht Spiele schöner, als wenn man richtig viel sammeln kann. Oh, ich laufe die falsche Richtung. Verdammt. Komm, fährt. Zack. So muss das gehen. Ah, was ist denn mit dir? So, ich will da nicht durch die Burg reiten. Die Burg Ruine. Hier geht's schneller. Verliert ganz schön an Fahrt, wenn ich irgendwo drüber springe. Ist ja gemein. Ich bin der Hirte. Ach komm, ich lasse es... Ich lasse es am Leben. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Das ist doof. Das ist nämlich schon eher nirgends Stein. Guck mal, das geht so eher tot, als von einem Pferdetritt. Ja gut, wenn er gut platziert ist, ne? Ja gut. Dann ist er auch gut. Was ist das da? Das sieht seltsam aus. Ach, da war ich, ne? Aber das ist doch nicht so weit oben gewesen. Nein, war es nicht. Ich gehe da mal vorbei und scanne. Aber es müssten wir eigentlich auf der Karte auch schon etwas anzeigen. Wenn hier etwas sein sollte. So, ich bin unterwegs. Ich würde sagen aber, das sehen wir im nächsten Paar. Ich bedanke mich für's Einschalten und hau drin. Bis dahin. Tschüss. Pech verfolgt. Tschüss.